Ja, doch. Sonst wird's zu spät. Okay, dann gehen wir mal hier raus, oder? Ja, dann gehen wir in den Wald. Und der Zombie hat noch was dabei. Alter, ich hab jetzt durch Zombies auch schon einigen Schiff... Oh, eine Dose Cola an Eis. Ich hab noch was zum Essen gefunden. Ich hab auch so viel Batterien schon. Ich muss mich mal sortieren. Aber wenn wir mal Nachtsichtgeräte haben, ist das ja... Der Shit, wenn wir so viel Batterien... Du meinst, noch durchs Dorf durch? In den gleichen Wald? Na, ich würd's... Ich mein, wenn du willst, kannst du noch durch, aber ich glaub ich lock mich jetzt aus. Nice, Wasserflasche. Mhm, willst du noch eine haben? Wir haben schon zwei. Oh, ich hab glaub ich jetzt auch Glück noch. Vielleicht kannst du den Schalter einfach draus machen. Oh, ja, das ist eine gute Idee. Mach ja bei Ducktape. Ja, okay, so viel haben wir jetzt leider nicht, ne? Nee, hier ist auch keins drin. Boah, Bruder. Jetzt kommen die... Geht er weg, sonst kommen die Zs. Oh, das ist die... Fidschi-Waffe. Oder wie die heißt. Jot. Oh, ist denn hier gebüschig. Da vorne vielleicht. Ja, sieht schon gut aus. Sogar ein Wanderweg hier, siehst du's? Mhm. Ja, hier ist gut, oder? So, ein bissl. Jo. Irgendwann alles sortieren, oder? Ja, hast recht. Ja, soll ich den jetzt behalten, oder nicht, den Anglehrhund? Ja, das sieht eigentlich schon mal ganz gut aus, ne? Ja, so tehe ich mal. Ich mach mal ein bisschen Platz. Ich glaub, das wird beim Warnungsfach da oben. Ich hab vier schöner Steaks, die müsste ich mal kochen, bei Zeit. Oh ja, das ist ne Idee. Oder lohnt sich das, für vier Steaks in Feuern zu machen? Ja, oder? Ja, find schon, dass man da mal kochen kann, ne? Kann sich schon lohnen, glaub ich, ja. Ich hab jetzt drei Nagelkisten. Oh, cool, ich hab da die ganze verpackte, noch mehr Russen-Magazone. Nice. Oh, ich hab jetzt zwei Inventar-Technisch, hab ich schon gut. Oder, ja. Ich bin schon auch gut voll, hey. Also, Essens, ich hab, Essen, ich hab so viel Wasser dabei, also richtig nice. Okay, ich könnte mehr Essen haben vielleicht, aber das passt schon. Also, wer mich tötet, der kann sich schon freuen, sag ich mal. Mhm. Also, ich will's nicht beschreien. Alter! Wer war das? Das ist ein Gegner, das ist ein Gegner. Ich bin tot. Scheiße, Mann. Du sagst das noch nicht. Wenn er tötet, dann würde er sich freuen. Ich hab ihn getötet. Ja, ich bin tot, scheiße, Mann. Ach, scheiße, Mann. Wenn man in einer halben Stunde da ist, oder ist noch ein Spieler? Der hat nicht. Soll ich mir auslachen? Ich hab den halt nur gesehen, wo war denn der? Scheiße, das waren diese Schüsse am Schluss. Die hast du nicht machen sollen, ne? Wahrscheinlich, ja. Wo wir hergekommen sind. Der eine rennt jetzt von den Zombies davon. Ich hab mich erwischt. Hm? Ich hab mich erwischt. Ich hab's erwischt, echt? Ja. Ich loote ihn mal sauber. Ich hab grad ein anderes Problem. Schöpst du das? Zombies. Ich mach mal kurz die Aufnahme. Kannst du da noch schnell hinrennen? Du bist schon gespawnt. Ja, ich lass... Du bist...